Hallo meine Freunde, Willkommen zu einem neuen Video vom Jörgmann Kanal. Heute spielen wir Battlelands Royale und ich spiele mit Mark. Wo gehen wir hin? Äh, Gefängnis? Ne, Versteck ist das. Ich hab keine Ahnung, wo ist Gefängnis? Ist das da oben? Weiß es nicht. Wir nehmen das um diese Uhrzeit auf. Oh, Schild, Schild, Schild. Wehe, du nüsst. Ah, nein, ich wollte doch ins Schild. Nein, meine Munition. Auch wenn ich keine Waffe habe, aber auch egal. Ne, ach, du hast ne Waffe. Ist das ne Pumpkin? Oder ne... Einzelschuss. Äh, lass mal hier lang. Wo ist denn die Zone? Nein. Komm, renn, Mark, renn. Wolltest du nix reden? Ach, ne. Warum hast du geschossen? Das ist ich gar nicht. Der Bereich schrumpft. Nein, ne bessere Waffe. Geil. Ist zwar ne Pumpkin, aber... Ne, kleine Reichweite, ne. Die Zone. Ich will ne M... Äh, ne AK. Ist das ne AK? Ist das ne AK? Ist das ne AK? Endlichen Glückwunsch. Danke. Bitte. Ja, wo ist die noch... Wo ist die noch... Riesig hat keiner, aber es leben noch 21 Leute. Aber... Aber... Uh. Hast du schon immer noch schon? Nein. Oh, um die Ecke. Alter. Lass die ersten Kampen machen da weg. Lass die ersten Kampen. Lass die ersten Kampen. Lass die Kampen. Am Talent hinten hinten. Also... ắngal. Lass die, toll... Lass die irgendwo... Hallo. Sag, du shoeaurusaurus! Hi! Nein! Die Zone! Hast du die Zone da gesehen? Ja. Geil. Ja, also in dem Spiel ist es eigentlich richtig schwer zu gewinnen. Fünf Teams. Nein, nicht schießen. Du hast die verraten. Du hast die verraten, warum ich will zu schießen. Lass doch erstmal ein Victory Royale holen. Und dann auf die Kids gehen. Die sind es genau. Oh Minigun. Die hat mich weggeschoben. Mich auch. Die schieben mich weg. Die laufen. Ich weiß nicht, die gibt es irgendwo bestimmt. Ich kann nicht. Lol. Ich bin tot. Ich bin tot. Bleib doch bei mir. Die sehen dich nicht. Oh, die Zone ist so klein. Na? Schieß. Schieß einfach irgendwo hin. Ich hab die Minigun. Ich bin tot. Ich auch. Beweg dich. Du hast dich kein bisschen bewegt. Doch, ein bisschen. Hast du überhaupt geschossen? Ja. Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich. Das war so, als wärst du einfach AFK. Welcher Platz fand ich? Oh, ich bin Level ab. Ich bin Level 3. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin fast Level 3. Das ist cool, ne? Also wenn man alleine macht das eigentlich gar keinen Bock. Aber wenn man dann zu zweit spielt. Macht's schon Bock. Ähm. Man kann auch nur zu zweit spielen. Aber man kann auch so machen, dass man Zufallsduo. Äh. Wo wollen wir hin? Wollen wir Gefängnis? Leute. Weiß noch einmal, wo du ganz unten warst und ich ganz oben? Ja. Da wollten wir, dass wir so schnell wie möglich sterben. Äh. Ne Sniper und ne AK gibt's hier. Oh oh. Das sind voll viele Fehler. Ach so was? Wo hast du? Nein, 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 nein. Das schießt mich nicht ab, Alter. Feige, feige, feige. Alter. Ich bin gleich tot. Nein. Alter. Der Snipertyp ist gut. Der Typ ist gut. Lach gleich tot. Die Laufgeng. Oh ... Ich brauche ihn voll. Wie ... Mich verarschen. Lass mich Kumpel in Ruhe. Ich treff dich nicht. Was? Gut. Gehen ins Gebüche da. Nein, Zone. Nein. 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 Noa. Bis dann. Sag doch. Hallo ... ... auch wenn auf mich zu schießen laufen und schießen die fast recht nicht weil die mini gar nicht komplett blöd keine ahnung einer der das aufgesammelt hatte wo ich getötet ist ja dann hast du mich wieder belegt und auf einmal stand ich darum ich habe mir die waffe auf dass du mich wieder ein jetzt auf einmal wäre es sich nämlich auf wollen wir wieder immer so kämpfen wohin wo mitte stadtzentrum im apropos wir versuchen diese nacht wach zu bleiben das heißt vielleicht nehme ich heute noch ein horror game auf in der nacht da komm ich nicht schaffe ich es nicht ihr könnt ja mal bei diesem video in die kommentare schreiben ob bei fnaf 4 die erste nacht überspringen soll weil er sammelt die weil bei der ersten nacht passiert glaube ich nie was ich weiß es nicht genau ich habe lange kein fnaf gespielt ok nicht den vierten teil nein die kommen warte nein ich bin beim gegner lang gelaufen ich dachte du wärst das die ganze zeit du wärst ein gegner ein kleines mit weg ich muss den schlagen nein nein okay er tuttet mich was hat er für eine waffe scheiße musst du nachladen an die das kennen wir laufen gewünscht ja komm blöb hier blöb hier ins gebüsch ins gebüsch wo ist achter ein sniper lass ich hier die juckt mich jetzt ernsthaft nicht wenn wir uns nicht wenn wir uns bewegen dann kommen wir immer diese partikel deswegen bewege ich mich ungerne das medipack ich brauch das wenn ich jemanden sehe ich renne wieder rein nein ich hab viel schaden ich bin tot nein bleib doch da er sieht mich ja ich bin tot hast du ne waffe nein das ist sehr schwer weil elfter welcher platz haben wir davor bei der ersten runde glaube ich ich kann ihn nicht einladen ja weil ich noch ich konnte nicht mehr zu dir wechseln ich mach jetzt hier kurzen cut weil ich und marx komplett weit auseinander äh leute bei der runde wo ich den cut gemacht hatte da hatte ich glaube ich einen computer oder einen anderen spieler bekommen und ich habe einen kämpfer besiegt und er also der typ der hat mich glaube ich auch gekillt ich habe das ist echt einfacher als fort mit nein ich will kein feedback geben kann so sein jetzt kannst du machen ich muss das nur kurz ich werde in so einem brille gesehen wo brille und dann wohin ja steinkreis auch nicht gleich steinzeit oh das ist super sehr perfekt komm schon bitte sind da waffen ne ak direkt ne ak direkt ne ak direkt die wollte ich nicht schmerzen chill 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 ich weiß nicht wie viele in eine runde können wir sind in der zone deswegen können wir uns hier drin verstecken warte ich geh mal ein bisschen am rand damit du auch reinpasst klingt so als wärst du fett ne dass du auch noch reinpasst ich glaube die ak ist eine der stärksten oder die sniper die ich hatte ok das konnte die glaub ich nicht sehen aber ähm so zone scheiße warum leute ich dachte die zone ist mit uns und dann auf einmal müssen wir laufen ich nehme trotzdem auch die muni mit kannst du das du kannst das schild haben ja und du gehst gehst dahin kann man sich hier unter verstecken ja kann man ich kann es nicht aussammeln ich kann es einfach nicht warum muss ich hin ja jetzt kommt die schon hier land wenn man sich da so überlegen zählen ich mit übrlich aber wie schnell kommt die zone ja ich schaffe es ich schaffe es aber gerade so wenn im Du läufst doch komplett außen Komm doch jedenfalls noch in Die Zone kommt jetzt schon wieder Ich bin so schnell wie die Zone Ich glaube es dauert Nein, 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 nein Ich bin gebürt Wenn er mich sieht Und krieg Nein, nein, nein Ich bin so Nicht werde angeschlossen, deswegen kann ich mich nicht verstecken Und was? Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, nein, nein Das sind die Dinge Nein, das sind die Dinge Ja, da habe ich ja Ich bin das eine... Ich hab mal gezählt, die sind nicht gut. Hä? Was ist das? Er schlinkt nicht, aber er schlinkt nicht. Ich bin zweiter, oder? Fünf. Ja, ja. Dritter. Ja. Ich bin da wieder drei. Oh, ich bin fast leer wieder ab. Wieder. Alter, du hast es voll laut. Ist doch nicht laut. Nein. Du brauchst das nur auf. Scheiße. Wieder raus. Nein. Ich bin im Kampf. Ich kann ja mal... mit einem Battle-Pass. Das ist hier so. Der kostet 590. Keine Ahnung, was das sind. Und ähm... Man kann irgendwie... Ich weiß nicht genau wie... Ja, mit Leveln... Sehr viele... Keine Ahnung, was das sind... Bekommen. Also ihr seht es hier... Sogar neun Skin. Guck mal, was der Level... Also der Max... Alter. Ein Zombie. Nee. Ja. Ja. Ich guck mal. Äh, ich guck. Dann würde ich mir gönnen. Dann würde ich mir gönnen. Der Battle-Pass. Aber ich würde... Entweder würde ich ihn nehmen... Oder... Und bei Level 100... Gibt es auch nen Garte-Skin. Oh. Äh, wohin? Ja, komm einfach... Komm zu mir! Wieso hast du dich bewegt... Und dann auch noch nach oben? Siehst du denn? Sieht sich irgendwo nach... Oh, 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 oh... Direkt zu ner Waffe. Und dann am Weg. Okay, da bist du. Wollt's mal gut schaden? Hab ich auch. Ich werd auch gut angehettet. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhr. Du bist ein... Tschüss. Ehrenloser Mann. Was mich du magst. Sondern der Typ, der mich anschießt. Ist ein ehren... Ehrenloser Mann. Aber bei meiner ganz ersten Runde, die ich gespielt habe... War das so... Ähm... Ich hab jemanden... Tausendmal... Obwohl er schon auf dem Boden kroch. Okay, das war... Meine erste Runde war, glaub ich... Der lag auf dem Boden. Schon richtig lange. Näh... Man stört nicht. Und falls ihr mir eine Rache schicken wollt... Da unten ist mein Name. Unter dem... Skim. Ich krieg den Skim drehen. So gefällt er mir besser. Ich bin tot. Und passen will ich den. Hallo? Uh, was ist das? Guck... Sehen der... Guck. Guck. Bet. Das... whoseывать in das? Waage. öh... Dass das ist die letzte Runde. äh, farm? ne, ich komm zu dir ich kenne Momo Momo ist so cool nein, du tippst überhaupt gar nicht wer weiß das wohl denke ich boah, okay, also ich bin der Meinung dass eine Figur in Japan in einem Kunstmuseum und diese Figur sah halt so hässlich aus oder so gruselig dass irgendwelche die Japaner sich dachten wie wär's denn wenn wir mal Nummer über dieses Möbel machen dann irgendwie bleiben ist die Idee das wird ja nicht nein, okay ne, ein bisschen wunderschönen die 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 da Ich brauche eine Heilung, ne? Ja, okay, nehm ich. Kann ich? Ja, kann ich noch. Ich habe auch eine Waffe. Zunge. Wollen wir in diesem Busch? Dörfler. Ich hätte passiert irgendwas komisches schreiben, weil wir in den Busch gehen. Wir warten hier. Aber wir haben beide einen Kill. Geil. Und ich habe jemanden mit Fäusten tot gemacht. Ich hatte noch nie einen Kill. Ich schon. Nein, 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 nein. Warten. Ja. So. Die Zone kommt einfach nach 10 Sekunden. Und die mal einfach... So. Da sind welche. Die sind welche, glaube ich. Die sind im Agrarabend. Hey, die laufen in die Zone, sind die dumm? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. 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 Ich bin Level 4. Aber... Ja. Da. Warte. Da. 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 Oder bin ich Level 5? Da. 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 In. Ich hab 2 Medi Packs auf einmal genommen. Das ist da. Ich brauch nie... Das ist mein. So ein kleiner Schild, ne? Ich habe noch 2. Das ist mein Pack. Ja. Stimm. Ah bur. Das ist mein Pack. Akra Muni brauche ich nur. Ich habe viel Leben. Ich nehme lieber Pumpkin, oder? Das schiebt mich nicht weg. Hast du einen Kill? Ja. Wie viel? Ein. Ich auch. Ja. Keine Ahnung wo, aber irgendwo habe ich einen gemacht. Wenn wir Raketenwerfer sehen, direkt aufsammeln. Hier runter. Das hier drin bleiben. Im Busch, im Busch, im Busch. So, ja. Das einer. Ja klar, der verfolgt mich. Du hast den. Töte ihn für dich. Ah, ich bin tot. Wow. Weil ich bin auch gleich tot. Nein. Ich habe zwei Kill. Ich bin schnell. Siebter. Aber die letzte Runde war echt die beste. Ja. Erster. Ich habe den letzten Kill. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Und tschau. Und tschau. Und tschau. Und tschau.